Jane, Janey, es ist die Art, wie du mich... Und wie heißt sie? Jane. Und dieses Mädchen, Jane, die mag dich also auch? Ja, sie mag mich, platonisch gesehen. Ich weiß, was platonisch heißt. Ich bin zwar in der Elften, aber nicht blöd. Nein, Dave ist fantastisch. Er ist einfach immer da für mich. Hilf mir durch alle meine grausamen Beziehungen. Ich erzähl euch jetzt was. Das könnt ihr noch nicht wissen, weil ihr die Welt noch nicht versteht. Aber wenn ihr erst so alt seid wie ich, dann versteht ihr, es geht doch wirklich immer nur ums Geld machen. Der, der mal gesagt hat, sei einfach nur du selbst, hat noch nie jemand wie Ronnie getroffen. Dein Ronnie scheint ein cooler Typ zu sein. Echt jetzt? Nein, äh, ich weiß nicht. Ich hab ihn ja gerade erst kennengelernt. Was ist denn? Das ist eine Nachricht, dass die Bullen gleich hier sind. Hattest du schon Sex? Ganz ehrlich? Nein, lüg mich an. Noch nicht. Hast du es schon getan? Unerlaubte Frage. Wir beide können hier noch ein bisschen liegen. Spiel auf, Schatz. Es ist fast elf. Ja, okay. Ich bin gleich da. Und was jetzt? Du springst runter. Ist alles in Ordnung? Ja. Ja. Bitte hab keinen Sex mit Ronnie. Und dann so ein, willst du deine Unschuld verlieren? Unschuld ist nichts Besonderes. Kein Schatz, den ich hüten soll, bis eines Tages der eine oder richtige Partner vorbeischwirrt. Denn es gibt keinen Perfekten dafür. Ich weiß, dass Ronnie sauber ist, denn ich hab eine Kopie seines Tests. Und welche bin ich? Die Schlampe oder die Jungfrau? Ich hab noch nie jemanden wie dich getroffen. Eine ziemlich gute Antwort. Ich wünschte, ich könnte die Zeit zurückdrehen. Wie weit denn? Bis Freitag? Danke fürs Zuschauen. Verratet uns gerne unten in den Kommentaren eure Meinung. Wie fandet ihr das Video? Lasst gerne ein Like da und auch ein Abo und vergesst dabei nicht, das Glöckchen zu aktivieren. Bis zum nächsten Mal.